Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ice the Horror Game. Heute mal wieder mit richtigen Mikrofonen. Schön, dass mir das auch nicht aufgefallen ist, dass das gar nicht funktioniert hat. Ja, Chapter 4, beziehungsweise Appendix. Wir spielen das jetzt Trick or Thread. Mal sehen, wie das hier wird. Irgendein Halloween-Scheiß. Wir haben ja eh bald Halloween, von daher können wir das ja mal machen. Im Übrigen, dadurch, dass das Mikrofon einfach nicht funktioniert hat, kann ich euch ja auch schon sagen, habe ich einen Haufen meiner Lebenszeit aufverschwendet und tatsächlich ein ganzes Reloaded umsonst aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich noch weitermachen will, aber es macht mir keinen Spaß eigentlich mehr. Ja, ich kriege den Kack-Kürbis eh nicht. Drecksding, bleib doch einfach stehen. Weiß doch nicht mehr, was der genau macht. Komm, schnapp mich. Sorry, dass ich gerade wieder nichts gesagt habe, aber was soll ich denn auch noch sagen? Jetzt habe ich eh keinen Bock mehr auf YouTube, ohne Witz. Wenn ihr so viele Videos dann umsonst aufgenommen habt, weil man dich entweder nicht versteht oder einfach nur scheiße versteht, dann hat man einfach keinen Bock mehr. So, hier in dem Modus müssen wir Donuts sammeln. Das denke ich auch mal ganz nett. Wir machen das ja einfach mal, weil ich euch das einfach mal alles zeige. Ich werde jetzt auch nicht mehr mit den Kürbissen interagieren, weil das ist einfach nur komisch. So wie die einen anjaulen. Ich weiß auch nicht, seit wann das mit dem Mikrofon so war. Halt's Maul! Das war halt auf einmal so. Ich habe mich halt nur mal gewundert, weil ich habe halt zuletzt nicht meine Videos angeguckt, weil ich keine Videobeschreibungen gemacht habe oder so. Jetzt ist die auch noch hier. Und deswegen habe ich es halt einfach so hochgeladen und Thumbnaids habe ich ja auch nicht gemacht oder so. Weil ich hatte ja so schon etwas weniger Motivation hier auf das Ganze. Aber jetzt nach der Sache habe ich eigentlich gar keine Motivation mehr auf das Ganze. Und mal sehen, was jetzt hier noch kommt und was nicht. Ich kann euch ja auch einfach mal verraten, was das für ein Reloaded war. Das war Super Mario Bros. The Lost Levels. Habe ich mich komplett durchgequält. Aber das kann ich euch so nicht hochladen. Ein Video hat auch gar keinen In-Games, also gar keinen Sound von mir. Keine Ahnung, was da los war, aber es ging einfach nicht. Ist halt sehr, sehr frustrierend. Klar, es ist jetzt nicht das längste LP gewesen. Aber trotzdem war es halt ein LP, was ich gemacht habe. Und das hier bockt genauso wenig jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch in Zukunft machen soll. Für LPs, weil... Keine Ahnung. Mario Party ist ja auch nichts geworden. Und... Dinge sind es ja auch nicht. Donkey Kong Country 2 läuft halt auch nicht so, wie es laufen soll. Ich weiß auch nicht mal mehr, was der Kürbis macht, wenn man den fängt. Aber ich wollte es halt mal machen eigentlich. Das Spiel hier spielen. Ach guck mal, jetzt habe ich dich. Coins von Win Multiplayer. Ach, man bekommt einfach Multiplayer mal zwei, wenn wir das hier gewinnen. Ja, ist ja nett. Aber irgendwie kommen wir nicht weit. Die komische... Schnappt einen ja viel zu schnell. Hier ist das so viel unfairer mit der. Was will die denn hier? Warum kann denn nicht einfach Charlie wieder hier sein? Ist doch nervig. Ja, auf jeden Fall sind halt auch eigentlich alle Eister Horror Game Parts im Arsch. Außer jetzt der hier halt, weil ich es halt endlich mal gemerkt habe. Weil ich halt vorhin, just for fun mal, mit meinem dritten Account auf ein Video gegangen bin. Aber kann man sich nicht geben, gebe ich ehrlich zu. Nochmal ein schöner Rückschlag. Eigentlich dachte ich, mein Mikrofon ist ganz kaputt, weil... Egal, was ich gemacht habe, es hat sich nicht verbunden. Bis ich es komplett abgebaut habe und dann wieder aufgebaut habe. Dann ging es auf einmal wieder. Ich hasse Technik über alles einfach. Lasst mal noch versuchen, bis zum 31. Dezember Videos hochzuladen. Das wäre doch vielleicht nochmal cool, aber ansonsten gebe ich auch auf. Ist einfach scheiße. Aber gut, vielleicht schaffen wir es jetzt endlich mal hier die ganzen Süßigkeiten einzusammeln. Es sind ja gar nicht nur Donuts. Sondern auch Muffins und so ein Scheiß. Schmeckt zwar ganz gut, aber... ...bringt uns halt auch nicht weiter, ne. Hier ist wieder da Mistkörbis. Wenn wir den jetzt nochmal fangen, bekommen wir Multiplayer mal drei im Übrigen. Nur daran bin ich eigentlich herzlich wenig interessiert. Ich bin eigentlich eher mal daran interessiert, das hier zu schaffen. Klar ist es auch mal cool, hier jetzt nicht mit Charlie zu spielen, sondern mit der anderen Scheiß... ...Kuh, aber... ...das regt mich auch auf. Die findet mich irgendwie immer im Keller. Keine Lust mehr auf den Keller. Hä? Das war einfach gerade die Geld... Ist das schon die ganze Zeit die Geldsack-Animation? Wenn ja, ist lame. Da zittert wieder so eine Pflanze. Warum auch immer. Ja, sie geht natürlich wieder runter. Da, wo ich hin möchte. Nö, da gehe ich nicht lang. Aber ab. Da schnappt sie mich doch eh nur. Oben waren wir eh schon. Obwohl wäre es eigentlich schlauer gewesen, ihr hinterher zu gehen, anstatt jetzt... ...in die gegengesetzte Richtung zu laufen. Ich weiß es nicht. Ja, aber... War das jetzt schon immer die Geldsack-Animation oder nicht? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich weiß es auch nicht mehr. Hier, das hier zum Beispiel. Ja, ist es. Okay. Hatte man keinen Bock, eine neue Animation zu machen? Okay. Müssen wir wohl akzeptieren. Halt doch dein Maul. Ich kann halt nicht einschätzen, wo das ist. Aber scheinbar bin ich hier safe. Gib mir das Auge. So, nach fünf Süßigkeiten-Dinger müssen wir finden. Und dann können wir uns eigentlich hier wieder verpissen. Wir brauchen ja genug Süßigkeiten für Halloween. Deswegen sammeln wir mal so schnell es geht. Habt ihr Lust, dass wir am... Das könnte ich eigentlich mal wieder machen. Äh, zu Halloween spielen wir einfach das... 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 Wie hieß das komische Brett? Aus Superstars. Guck mal, hier sind noch Showers. Set of Showers. Das Horrorland aus Mario Party 2 bzw. Superstars. Das würde ich gerne nochmal spielen. Habt ihr da Lust drauf? Das könnten wir ja dann machen. Seit... Keine Ahnung. Halloween Special. Ich meine, ich hab ja eh nix. Eh sonst nichts zu tun und... Wenigstens kann ich jetzt wieder gescheit aufnehmen. Das davor war ja einfach nicht mehr lustig. Was? Ich hab schon genug? Ach so, ich soll nur noch den Exit finden. Ja, Leute, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, dann machen wir das. Dann haben wir jetzt endlich den ersten Partner mit richtigem Sound. Juhu. So, ich hatte keine Angst vor der... Sie hat mich zwar ein bisschen fertig gemacht, aber es ging noch. Guckt mal, Speedrun. You can unlock the new features. Sehr schön. Was haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch Double Trouble. Also nicht Dixie Kong. Dixie Kong ist Double Trouble, aber Double Trouble. Scream for the Bast. Endless Mode. Und Expert Mode. Okay. Also wir haben noch ein bisschen was. Ich weiß halt nicht, was die Sterne hier machen. Ich glaube, dafür muss man eine gewisse Anzahl an Dingern finden hier. Wir haben halt nicht alles, aber... Na gut, wie bekommt man hier Sterne? Dem man die schwierigeren Schwierigkeitsgrade spielt? Weiß ich nicht. Na gut, ich danke euch trotzdem für eure Aufmerksamkeit. Dieses kurzen Pass von Ice the Horror Game. Ich hab jetzt keine Lust mehr weiter zu spielen. Habt ihr noch einen schönen Tag? Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.